Ja, leider ohne zweite österreichische Medaille geht es für uns runter vom Alpinenzentrum. Katharina Truppe hat im Damenriesentorlauf ganz knapp die Bronzemedaille verpasst. Die Kärntnerin, die lag auf Zwischenrang 2 nach dem ersten Durchgang, hat im zweiten Durchgang alles versucht. Auch es hat am achthundertstel nicht gereicht. Die Kärntnerin wird undankbare Vierte. So gut war sie im Weltcup noch nie platziert im Riesentorlauf. Allerdings bei Olympia ist natürlich der vierte Platz der erste Verliererplatz. Und dementsprechend enttäuscht war die Kärntnerin auch nach dem Rennen. Es hat nicht sein sollen, vielleicht in den nächsten Rennen. Sie hatte noch einige Chancen. Gold geht jedenfalls an die Schwedien Sarah Hector, Silber an die Italienerin Frederica Brignone. Und Bronze sichert sich die Schweizerin Lara Gutbechrami. Und das Herrenrennen, das haben wir heute ja auch schon erlebt. Matthias Mayer rast sensationell zur Bronzemedaille nach Gold 2014 in Sochi in der Abfahrt. Nach Gold 2018 in Pyeongchang im Super-G. Jetzt also seine dritte Olympiamedaille, dieses Mal in Bronze. Ihm fiel in 1600. auf den Sieger, auf den Schweizer Beat Voiz. Der hat damit seine Karriere vergoldet. Der Olympiasieg, der hat ihm noch gefehlt. Jetzt hat er auch das erreicht. Und Silber geht an den Franzosen. Johann Claret, der wird mit 41 Jahren zum ältesten Medaillengewinner im Skisport. Auch eine sensationelle Geschichte. Also wir verlassen das Alpine Dorf hier mit einer Bronzemedaille. Insgesamt Hell Österreich stand jetzt bei vier Medaillen. Aber es gibt heute noch zwei Highlights aus österreichischer Sicht. Wir haben zum einen Lisa Hauser im Biathlon. 15 Kilometer Einzel, da ist sie sicher heiß auf eine Medaille. Und zum Abschluss des Tages gibt es noch das Skisprung-Mix mit Manuel Fettner, dem Silbermedaillen von gestern. Dazu Stefan Kraft, Lisa Eder und den Jelay Raschko Stolz. Also vielleicht kommen ja noch die ein oder andere Medaille dazu. Stand jetzt hält Österreich bei viermal Edelmetall hier in Peking. Vielen Dank.